hallo liebe kinder meiner vielen facebook freunde und liebe facebook freunde wir leben in einer zeit im moment die nicht so erfreulich ist auch deswegen nicht und ich habe gedacht ich kann euch vielleicht eine kleine abwechslung ins haus schicken und deswegen machen wir jetzt mal schluss mit corona für einen moment ich kann sowieso mit dem ding nicht lesen weil meine brille beschlägt und ich habe ein märchen mitgebracht von den gebrüdern grimm es heißt frau holle eine witwe hatte zwei töchter davon war die eine schön und fleißig die andere hässlich und faul sie hatte aber die hässliche und faule weil sie ihre rechte tochter war viel lieber und die andere musste alle arbeit tun und das aschenputtel im haus sein das andere mädchen musste sich täglich auf die große straße bei einem brunnen setzen und spinnen dass ihm das blut aus den fingern sprang nun trug es sich zu dass die spule einmal ganz blutig war da bückte es sich damit in den brunnen und wollte sie abfaschen sie sprang ihm aber aus der hand und fiel hinab es weint lief zur stiefmutter und erzählte ihr das unglück sie schallte es aber so heftig und war so unbarmherzig dass sie sprach hast du die spule hinunter fallen lassen so hol sie auch wieder herauf da ging das mädchen zu dem brunnen zurück und wusste nicht was es anfangen sollte in seiner herzensangst sprang es in den brunnen hinein um die spule zu holen es verlor die besinnung und als es erwachte und wieder zu sich selber kam war es auf einer schönen wiese wo die sonne schien und viel tausend blumen standen auf dieser wiese ging es fort und kam zu einem backofen der war voller brot das brot aber rief ach zieh mich raus zieh mich raus sonst verbrenne ich ich bin schon längst ausgebacken da trat es herzu und holte mit dem brotschieber alles nacheinander heraus danach ging es weiter und kam zu einem baum der hing voll äpfel und rief schüttel mich schüttel mich wir äpfel sind schon alle miteinander reif da schüttelte es den baum dass die äpfel fielen als regneten sie und schüttelte bis keiner mehr oben war und als es alle in einen haufen zusammengelegt hatte ging es wieder weiter endlich kam es zu einem kleinen haus daraus guckte eine alte frau weil sie aber so große zähne hatte ward ihm angst und es wollte fortlaufen die alte frau aber rief ihm nach was berüchtest du dich liebes kind bleibt bei mir wenn du alle arbeit im haus ordentlich tun willst so soll es dir gut gehen du musst nur acht geben dass du mein bett gut machst und es fleißig aufschüttelst dass die federn fliegen dann schneit es in der welt ich bin die frau holle weil die alte ihm so gut zusprach so fasste sich das mädchen ein herz willigte ein und begab sich in ihrem dienst es besorgt auch alles nach ihrer zufriedenheit und schüttelte ihr das wird immer gewaltig auf dass die federn wie schneeflocken umher flogen dafür hatte es auch ein gut leben bei ihr kein böses wort und alle tage gesottenes und gebratenes nun war es eine zeit lang bei der frau holle da war es traurig und wusste anfangs selbst nicht was ihm fehlte endlich merkte es dass es heimweh war ob es ihm hier gleich viel tausend mal besser ging als zu hause so hatte es doch ein verlangen dahin endlich sagt es zu ihr ich habe den jammer nach haus gekriegt und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht so kann ich doch nicht länger bleiben ich muss wieder hinauf zu den meinigen die frau holle sagte es gefällt mir dass du wieder nach hause verlangst und weil du mir so treu gedient hast so will ich dich selbst wieder hinauf bringen sie nahm es darauf bei der hand und führte es vor ein großes tor das tor war aufgetan und wie das mädchen gerade darunter stand viel ein gewaltiger goldregen und alles gold blieb an ihm hängen so dass es über und über davon bedeckt war das sollst du haben weil du so fleißig gewesen bist sprach die frau holle und gab ihm auch die spule wieder die ihm in den brunnen gefallen war darauf war das tor verschlossen und das mädchen befand sich oben auf der welt nicht weit von seiner mutter haus und als es in den hof kam saß der hahn auf dem brunnen und rief kikeri kiii unsere goldene jungfrau ist wieder hii da ging es hinein zu seiner mutter und weil es so mit gold bedeckt ankam war das von ihr und der schwester gut aufgenommen das mädchen erzählte alles was ihm begegnet war und als die mutter hörte wie es zu dem großen reichtum gekommen war wollte sie der anderen hässlichen und faulen tochter gerne dasselbe glück verschaffen sie musste sich an den brunnen setzen und spinnen und damit ihre spule blutig ward stach sie sich in den finger und stieß sich die hand in der dornendecke dann warf sie die spule in den brunnen und sprang selber hinein sie kam wie die andere auf die schöne wiese und ging auf demselben pfade weiter als sie zu dem backofen gelangte schrie das brot wieder ach zieh mich raus zieh mich raus sonst verbrenne ich ich bin schon längst ausgebacken die faule aber antwortete da hätte ich lust mich schmutzig zu machen und ging fort bald kam sie zu dem apfelbaum der rief ach schüttel mich schüttel mich wir äpfel sind alle miteinander reif sie antwortete aber du kommst mir recht es könnte mir einer auf den kopf fallen und ging damit weiter als sie vor der frau holle haus kam fürchtete sie sich nicht weil sie von ihren großen zähnen schon gehört hatte und verdingte sich gleich zu ihr am ersten tag tat sie sich gewalt an war fleißig und folgte der frau holle wenn sie ihr etwas sagte denn sie dachte an das viele gold das sie ihr schenken würde am zweiten tag aber fing sie schon an zu faulenzen am dritten noch mehr da wollte sie morgens gar nicht aufstehen sie machte auch der frau holle das bett nicht wie es sich gebührte und schüttelte es nicht dass die federn flogen das war die frau holle bald müde und sagte ihr den dienst auf die faule war das wohl zufrieden und meinte nun würde der goldregen kommen die frau holle führte sie auch zu dem tor als sie aber darunter stand ward statt des goldes ein großer kessel voll pech ausgeschüttet das ist zur belohnung deiner dienste sagte die frau holle und schloss das tor zu da kam die faule heim aber sie war ganz mit pech bedeckt und der hahn auf dem brunnen als er sie sah rief geht uiki unsere schmutzige jungfrau ist wieder hii das pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte solange sie lebte nicht abgehen ist es nicht schön zu sehen wie das leben es gut mit einem meint wenn man ein lieber guter mensch gewesen ist und nicht nur an sich selber denkt und für die anderen auch immer eine hilfe bereit hat also bis zum nächsten mal tschüss so aqui zum